Bereits zum 16. Mal lockte der AMC Rotheim-Biber mit dem Dünsberg-Mountainbike-Marathon nach Bibertal. Man schien sich sicher zu sein, dass kein neuer Regen hinzukommen würde. Denn am Vorabend und die Nacht hindurch hatte es ergiebig geregnet. 55,9 Kilometer waren auf der Kurzstrecke veranschlagt. 150 Fahrerinnen und Fahrer nahmen um 9.15 Uhr das Rennen auf. Darunter auch 42 Teilnehmende, die für die Langstrecke gemeldet hatten. Die wäre 84,5 Kilometer lang gewesen und hätte mindestens 50 Voranmeldungen gebraucht, um gefahren werden zu können. So wurden ihre Anmeldungen auf die Kurzstrecke umgebucht und es blieb bei zwei Streckenführungen an diesem Tag. Eine Stunde später sollte noch der Mini-Marathon folgen. Es ging auch gleich mächtig zur Sache. Nach der Überquerung des Vetzbergs hatten sich in der Anfahrt zum Kroftdorfer Forst bereits Gruppen mit deutlichen Abständen gebildet. Darunter der Biberthaler Niklas Zimmer in der ersten Gruppe. Und weitere mittelhessische Teilnehmende setzten der Spitze nach. Die weiter hinten Fahrenden hatten vielleicht auch ein Auge für die optischen Reize, die der Mountainbike-Marathon in Mittelhessen zu bieten hat. Die Strecke war trotz oder gerade wegen der Regenfälle der zurückliegenden Stunden in einem sehr guten Zustand. Unterdessen begannen an der Biberthaler Großsporthalle die letzten Vorbereitungen für den Start des Mini-Marathon. Den auch Nicole Wittig und Matthias Steinberger aus der Redaktion von Radsportnachrichten.com für ihr Live-Erlebnis unter die Rädernamen. Neben top aktuellem Material sollte auch ein historischer Schatz über die mittelhessischen Trails gejagt werden. Die Laufschuhe gegen Radschuhe tauschte Silvio Welkner, der als ehemaliger Radrennfahrer damit ein kleines Comeback feierte. Dass sich Erik Büchele im blauen Delta-Bike-Trikot für sein Heimrennen etwas vorgenommen hat, schien natürlich außer Frage. Dann wurde es auch schon langsam ernst für die 135 Teilnehmenden im Mini-Marathon über 28,9 Kilometer. Erwartungsgemäß führte Erik Büchele das Feld den Fertzberg hinauf und um ihn herum alles, was Rang und Namen im heimischen Radsport hat oder was ich vielleicht einen Namen machen möchte. Auch hier gab's nicht nur was für die Beine, sondern auch fürs Auge. Silvio Welkner, Radkurs-Experte Thomas Hockauf, sie alle mussten über diesen ersten von etlichen Anstiegen. Unser Mountainbike-Ressortleiter machte ebenso eine gute Figur wie sein Material. Und die Biberthaler Bevölkerung trug ihren Teil im Anstieg bei. Am Dünsberg nach rund zwei Dritteln des Mini-Marathon zeichnete sich schon eine Vorentscheidung ab. Maximilian Löhr setzte hier gerade eine Attacke. Erik Büchele und zwei Mitstreiter mussten in dieser Situation hellwach sein. Aber auch Daniel Schulz-Thomé und Marianne Kopfer waren gut unterwegs und hielten die Spitze im Blick. Eine kurze Mitfahrt bei Christian Schmidt von der RSG Gießen und Wiesek, gefolgt von Lukas Arzt von der RSG Buchenau. Vanessa Schmidt war unterwegs zum Sieg in der Frauenwertung. Immer wieder gab's Beifall für die Leistungen und Duelle. Und für unseren Redakteur Tobias Zappe jede Menge zu fotografieren. Es sollte auch noch eine Weile dauern, bis alle diese markante Stelle passiert hatten. Dann gespannte Blicke in die Zielkurve. Und es war Erik Büchele, der sich den Heimsieg im Mini-Marathon schnappte. 44 Sekunden später folgten Tobias Wilmes, Bruno Kaul und Maximilian Löhr auf den Plätzen zwei, drei und vier. Die erste Frage natürlich, warum wurde im Ziel nicht gejubelt? Boah, war ein bisschen K.O. am Ende, aber da hab ich mich trotzdem gefreut. Ich bin froh, dass ich diesmal gewonnen hab. Im Gegensatz zu den letzten zwei, drei Mal, wo ich immer zweiter, dritter war. Ja, bin sehr zufrieden. Hier bei dem Anstieg hier hoch, hab ich kurz die Führung übernommen. Bin dann auch die Meisterzeit erstmal vorgefahren, aber so nach ein paar Kilometern dann hat sich mal ein bisschen gewechselt. Und am Dünnsächt-Parkplatz, da bin ich ja vorne weggefahren, konnte es bis zum Ziel durchziehen. Das hat sich eigentlich ein bisschen, nach und nach sind so abgefallen, die Leute, aber das war trotzdem am Ende relativ klapp noch. So viel Forschung war es ja auch nicht. Ja. Maximilian Löhr war mit Platz vier nicht unzufrieden. Ja, war eigentlich ganz super. Ich war die ganze Zeit vorne mit dabei. Am Schluss hier das Wiesnstück. War ein bisschen ärgerlich, da hatte ich ein paar Grimfe, konnte ich nicht mehr so ganz reindrehen, aber ansonsten war es schon mega gut. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich hatte morgen gedacht, es wird noch rutschiger, aber es ging eigentlich voll in Ordnung. Dann ein interessantes Bild im Ziel der Kurzstrecke. Niklas Zimmer kommt als zweiter hinter seinem Teamkollegen Sascha Starker an, der als Sieger das Rennen an der Spitze nochmals schildert. Gut, der Start, der eigentlich neutralisiert war, war verdammt schnell gewesen. Da ging schon direkt die erste Lücke auf und am Dünnsberg konnte man dann auch die Lücke wieder zufahren. Und der Aaron ist dann halt viel von vorne gefahren, war verdammt schnell. Wir waren zwischenzeitlich fünf Leute gewesen und nach und nach haben wir vorne noch mal ein bisschen Gas ausgegeben. Dann waren wir zu dritt gewesen, der Aaron, der Niklas und ich. Und das hat sich so eigentlich bis zur ersten richtigen technischen Abfahrt ergeben gehabt. Der Aaron hat dann runter zu ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, bin dann vorbeigefahren, musste eine kleine Lücke zum Niklas noch zufahren. Und dann haben wir quasi das Rennen ausgefahren bis zum letzten Anstieg. Da hatte ich auch ein bisschen bessere Beine gehabt und konnte es auch so dieses Jahr wieder für mich entscheiden. Ein Bonus für den Biberthaler Teamkollegen bei seinem Heimrennen stand aber nicht zur Debatte, denn... Das Radrennen ist wieder ausgefahren. Er hat natürlich ein paar Vorteile, weil er halt die Strecke und die Trails gut kennt und das hat man auch gemerkt gehabt. Runter zu und am Ende des Tages ist es halt ein Radrennen und es wird dann ausgefahren. Ja. Und was meint Niklas Zimmer? Ja, gerade bin ich noch sehr kaputt. Also, wie der Sascha schon eben gesagt hat, wir sind am Anfang zu fünf gefahren, waren dann relativ schnell schon vor dem Dünsberg zu dritt. Und oben am Dünsberg konnte ich mich absetzen von den beiden. Und in der Abfahrt wusste ich, bin ich auch schneller. Und dann habe ich immer mal ein bisschen nach hinten geguckt, habe keinen gesehen, bin so mein Tempo gefahren. Aber irgendwann habe ich den Sascha kommen sehen und wusste, dass er wieder rankommt, weil an den Bergen merkt man die zehn Kilo, die er weniger hat, dann schon. Und von da an ist er fast nur noch von vorne gefahren. Ich habe mich an den Bergen immer sehr leiden lassen und jetzt am letzten Wiesenberg konnte ich dann leider nicht mehr mitgehen. Die Erlebnisse des Rennens wurden im Ziel fleißig diskutiert und natürlich dokumentiert. Es war ein schnelles Rennen, es war ein Sprint von vorne bis hinten. Ich habe versucht, am Start direkt an den Männern dran zu bleiben. Das war eigentlich mein Ziel. Es hat auch lange geklappt. Irgendwann haben wir abreißen lassen müssen und dann bin ich einfach mein Ding gefahren. Also ich wollte es mir heute selber möglichst hart machen. Dass ein Duell auf Augenhöhe beim Dünsberg-Mountainbike-Marathon versöhnlich und mit viel Freude ausgehen kann, zeigten diese beiden. Eigentlich wollte ich ja die Langstrecke fahren. Da waren es aber zu wenig und deswegen musste ich dann doch die kurze machen. Und wusste dann, dass ich eine harte Konkurrentin habe mit der Steffi. Es hat wenigstens nicht geregnet. Die Strecke war echt schön. Es gab viele Trails. Das Problem ist, wir haben gleiche Stärken und gleiche Schwächen. Das heißt, es sind beide runter echt gut und hoch okay. Und deswegen musste ich dann immer berghoch, weil ich wusste, ich bin berghoch ein bisschen stärker, dass ich immer Druck mache berghoch. Und auf der Geraden hat dann immer Steffi Druck gemacht, weil ich einfach zu leicht bin. Ich kriege da die Watt-Zahlen nicht hin. Dann war ich immer ganz froh, dass wir immer zu zweit waren. Es hat echt super viel Spaß gemacht. Alleine ist echt langweilig. Kathi hat mich ganz schön leiden lassen. Also ich muss am Ende sagen, es hat auch die Bessere gewonnen. Auf jeden Fall. Sie hat mehr geführt den ganzen Tag über. Es hätte sich nicht als richtiger Sieg angefühlt, wenn ich es jetzt im Sprint gewonnen hätte. Bei mir kamen dann die Kränze. Ich habe es trotzdem versucht, aber wollte nicht. Von daher hat es Kathi dann doch gemacht. Sie war einfach stärker. Wie war der Mountainbike-Marathon denn für den Straßenfahrer? Ja, ich bin zufrieden. Also die Form ist nicht mehr ganz so da, aber ich bin gut durchgekommen. Es waren ganz gute Bedingungen. Ich hatte guten Grip. Wir hatten vor, mit Jonas zusammenzufahren. Und das hat ganz gut geklappt. Also deswegen bin ich sehr zufrieden. Die Herausforderungen des Tages konnten aber auch schon vor dem Rennen liegen. Also mir ist der Start halt sehr schwer gefallen, wie immer, weil ich mich auch gar nicht warm gefahren habe. Wir waren mal wieder super spät, weil mein Sohn, der eigentlich auch mitfahren wollte, hatte heute Morgen sein Hinterrad kaputt. Und wir haben das noch versucht zu reparieren. Hat halt gedauert und aber nicht geklappt. Und dann waren wir so wieder letzte Minute hier und nicht warm gefahren. Und ja, aber ja, hier kann man sich ja dann warm fahren. Also und dadurch war ich relativ alleine eigentlich die ganze Zeit. Ich habe dann mal jemanden eingeholt und dann kamen jetzt zum Schluss, glaube ich, die schnellsten von der 50 oder von der langen Runde, die mich überholt haben. Ja, so. Also gute Vorbereitung für nächste Woche. Meine WM in Italien. Und ja, fühle mich gut auf dem Rad und hoffe, das bleibt jetzt noch die Woche so. Wie er ging es Matthias Steinberger und seinem Material? Ja, ich habe mir für das heutige Rennen mal meine alte Kiste aus dem Wohnzimmer geholt. Baujahr 1998. Habe es damit mal versucht. Und ja, bin sehr zufrieden. Natürlich funktioniert das alte Material genauso wie das neue. Habe mir zwar am Dünnsberg-Trail bei zwei Sprüngen dann direkt mal das Innenlager geschossen, deswegen die Kurbel jetzt auch stark am Wackeln war und immer am Umwerfer schliff. Aber ja, hat Spaß gemacht. War aber was ganz anderes. Etwas ganz Neues gab es mit den Gravelbikes, die erstmalig auf der Strecke des Mini-Marathon in einer eigenen Rennklasse gefahren werden durften. Gewonnen wurde das Rennen durch gute Streckenkenntnis und Vorbereitung. Position eins war wahrscheinlich uneinholbar vorne, der hat defekt gefahren. Ich habe mich die Woche über, ich arbeite im Delta-Bikesports und habe mich da ganz viel über Luftdruck, Milch und die Strecke noch mal unterhalten und wusste halt, dass ich mit mehr Luft fahren muss, damit ich keinen Defekt habe. Das war wahrscheinlich kein Nachteil für mich. Der eigentliche Sieger der Herzen ist der Andi Ehring. Der hat so eine Sonderdisziplin scheinbar aufgemacht. Den habe ich hundertmal laufen sehen, dann bin ich immer wieder vorbei und der hat nachher auch nochmal einen Defekt gehabt. Wie gesagt, das ist halt eine Mountainbike-Strecke. Man kann das mit dem Gravelrad fahren. Ist aber halt natürlich, also wenn man halt hier aus Wengenshausen kommt, das ist kein Nachteil. Das Schlusswort der schnellsten Frau weckt direkt Vorfreude auf eine weitere Auflage des Dünsberg-Mountainbike-Marathon. War geil. Also es war eine super coole Strecke. Ein paar technische Passagen, die haben auch super Spaß gemacht. Ich hoffe, es wird es wieder geben und wäre cool, wenn beim nächsten Mal noch ein paar mehr Frauen auch mit dabei wären. Oder generell mehr Leute. Aber es war super. Danke. 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 Danke.